Hallo liebe Arcata Club Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video und es geht diesmal um das iPhone und die Live-Foto-Funktion. Vielleicht habt ihr die ja auch benutzt. Ich bin nicht ganz so ein Freund von der Live-Funktion, aber viele benutzen die, weil die manchmal auch standardmäßig eingeschaltet ist und man vergisst die auszuschalten. Und die Live-Foto-Funktion nimmt ja kleine Videosequenzen auf. Wenn ihr dann anschließend auf diesem Bild in der Fotos-App den Finger drauf haltet, dann bewegen die sich. Eigentlich ganz lustig, weil man eben nicht so starre Fotos hat, sondern leicht bewegliche. Der Trick dahinter ist, dass das ein Bildformat von Apple ist, in dem tatsächlich das Video gespeichert ist. Aber, was die wenigsten wissen, aus diesen Videos, die da drin sind, lässt sich eigentlich wunderbar auch ein Film erstellen. Und mit diesem Trick, den ich euch heute zeige, könnt ihr das ruckzuck machen. Und ich glaube, damit werde ich dann doch so langsam Fan von diesen Live-Bildern, weil man damit natürlich einen schönen Zusammenschnitt seiner kleinen Urlaubsmomente oder sowas ruckzuck erstellt hat. Wir gucken uns das Ganze mal an. In der Fotos-App müsst ihr hier unten auf Alben klicken. Dann bekommt ihr alle eure Alben. Und wenn ihr hier mal weiter in der Liste nach unten geht, seht ihr eine Auflistung nach den verschiedenen Arten eurer Fotos. Also zum Beispiel habt ihr Videos gemacht, Selfies gemacht oder eben Portraitaufnahmen. Und eine Option sind eben auch die Live-Fotos, die ihr da anklicken könnt. Da klickt ihr hier einfach drauf und dann seht ihr alle eure Live-Fotos, die ihr gemacht habt. So, und hier haben wir ein paar und jetzt wollen wir uns denen ein Video erstellen. Dazu klickt ihr hier oben auf Auswählen und wählt die Live-Fotos aus, mit denen ihr diesen Film erstellen wollt. Also zum Beispiel hier diesen Storch, die Katze von uns. Diese drei Bilder habe ich ausgewählt. Und jetzt kommt der kleine Trick, nämlich eine Option, die kaum jemand kennt. Hier unter den drei Pünktchen da unten verbirgt sich nämlich tatsächlich der Menüpunkt als Videosichern. Und was die Apple-Fotos-App nun macht, ist es alle drei Live-Fotos zu einem Video zusammenzuschneiden. Das gucken wir uns mal an. Wir klicken zunächst mal hier drauf. Es dauert einen Moment, weil die hier bei mir nachher in der iCloud sind. Die werden dann runtergeladen. Aber irgendwann ist es fertig und dann könnt ihr auf die Mediathek schauen. Da wird es nämlich hinzugefügt in eurer Fotos-App das Video. Und das schauen wir uns mal an. Und wenn ihr es in der Mediathek nicht findet, bei mir war es nämlich da jetzt nicht, dann drückt ihr auf Alben und dann gibt es das Album zuletzt ganz oben. Und da sind die zuletzt aufgenommenen Bilder. Und da findet ihr jetzt das Video. Hier unten ist es. Und schaut mal, das ist jetzt einmal dieses Live-Foto. Und das ist das nächste Live-Foto. Und dann kommt noch eins. Und das sind alles im Grunde genommen kleine Videosequenzen, die jetzt wunderbar aneinandergereiht worden sind. Und die könnt ihr natürlich in jedem Videoschnittprogramm verarbeiten und damit so quasi drei Sekunden-Clips erstellen von euren Urlaubsimpressionen. Und für einen schönen Film reicht das alle Male aus. Probiert es mal aus. Macht riesen Spaß, das einfach so zusammen zu klicken und da ein fertiges Video draus zu machen. Den Tipp wollte ich euch geben. Genießt den Mai und macht vielleicht schöne Live-Fotos. Bis dahin. Tschüss.